Zuletzt bei The Legend of Zelda Majora's Mask. Wir haben das Horror-Kit konfrontiert und die vier Giganten gerufen, die den Mond davon abhalten konnten, auf die Erde zu stürzen. Infolgedessen wurden Majora's Maske und auch wir selber vom Mond eingesaugt. Für die letzten Herzteile müssen wir nun mit Kindern, die die Masken der Bosse aus den Dungeons tragen, verstecken spielen, um dann im Anschluss dem feinen Boss gegenüber zu treten. Der nächste, das ist der hässliche Fisch. Ich mag den gar nicht. Hey, wie geht's? Ach, schönes Wetter, wie die anderen das auch fanden. Bist du ein Maskenverkäufer? Aber wir sind Brüder, deswegen fragen wir alle das Gleiche. Die nächste Maske, die wir ihm abgeben, ist der Helm des Hauptmanns. Brauchten wir oft, tatsächlich. Selbst im Spinnenhaus brauchen wir die noch. Dann geben wir... Ne, die Maske, der dürfte ab, weil die ist nervig. Die hat gar keinen Nutzen, glaube ich. Was heißt nervig? Nervig ist die nicht. Die ist einfach nur dumm. Die hat keinen Nutzen. Oder ich wüsste ihn nicht. Wenn den jemand weiß, kann er ihn gerne in die Kommentare schreiben. Die nächste ist Garus-Maske. Weil ich die immer aus Versehen auf hatte. Und der mich genervt hat. Dann ist er immer wieder aufgetaucht, hat mir irgendwelche Tipps gegeben. Und ich war so, hallo, ich weiß deine Tipps schon, hau ab! Hab dann schnell die Maske abgezogen, endlich. Okay, nächster Dungeon. Was wartet hier auf mich? Ah, dachte ich mir schon. Irgendeine Sura-Jagd. Ein Sura-Schwimmen. Aber da bin ich ja mittlerweile gut drin. Nachdem ich die Biber nochmal machen musste. Alter, war das schnell. Oha, links, rechts. Okay. Ah, noch. Ich lass mich einfach mal treiben. Die führen teilweise auch wieder zusammen. Okay, das ist aber zum Glücksspiel. Ich seh schon. Und hier ist... Ja, ich glaube, der Stein sagt mir nicht wirklich was. Ich geh einfach weiter. Und beim falschen Weg komm ich wieder zurück. Okay. Ja, nett. Ist okay. Wenn ich nicht immer so langsam abgesetzt werde am Anfang. Beim Geruhen war es auch so. Man musste immer zwei Sekunden warten. Okay, ich geh mal ganz links. Nein. Ich will da rein. Okay, dann nicht. Ähm. Und... Da wurde immer zwei Sekunden abgesetzt. Und konnte sich dann erst wieder einrollen. Auch ein bisschen nervig. Und das hier ist der Herzteilraum. Ah, das Herzteil. Nein. Herzteil. Stopp. Oh, Mann. Das liegt ja so hinter dem Stein. Ist ja voll dumm. Okay, hallo. Herzteil. Das letzte Herzteil. Äh, das vorletzte Herzteil. Richtig. Ah. Okay. Das war knapp. Fast hat mich die Strömung weggerissen. Ja, hier. Man wird ganz langsam abgesetzt. Und immer wenn man es nicht schafft. Im Grund war es ja öfter. Dann muss man mal zwei Sekunden warten, bis man wieder anfangen darf. Okay, jetzt geh ich ganz links. Nur nicht ganz links. Wow. Krass Aussage. Hier geh ich mal in die Mitte. Und dann geh ich hier wieder links. Ah, ne. Hier ist gar keine Abzweigung. Und das müsste jetzt eigentlich einer der letzten Räume sein. Wahrscheinlich gibt es noch eine. Eben bin ich so ein bisschen reingeglitscht. In die anderen Räume. Vielleicht kann ich hier ein bisschen schauen. Da ist der Herzteilraum. Den haben wir eben schon gesehen. Ist das cheaten oder ist das nicht cheaten? Ich nutze nur das Spiel aus. Nur die Mechanik vom Spiel. Okay, es gibt vier Räume, so wie ich das sehe. Ähm, aber das könnte auch schon der letzte sein. Ne, ist er nicht. Okay. Dann suche ich bis nach dem richtigen Raum. Und wir sehen uns gleich wieder. Okay, wie ich das sehe, gibt es 1, 2, 3, 4, 5 Räume sogar. Und alle sehen gleich aus. Bis auf der Herzteilraum. Aber der... Ne, ne, ne. Da hinten. Der zweite von links. Also wenn man drauf zuschwimmt. Der zweite von links. Der müsste der richtige Raum sein. Der sah noch so ein bisschen dunkler aus. Und der Herzteilraum sieht er so. Ja, da waren wir eben. Den sieht man. Den kennt man. Also, hier ganz links. Dann hier rüber. Und hier... Ne, ah Mist. In der Mitte. Okay. Gleich schaffen wir es. Beim nächsten Mal. Okay, hier rüber. Jetzt ganz links. Dann eins rechts. Und dann in der Mitte. Mitte, Mitte, Mitte. Ah, hier gibt es keine Mitte. Äh. Schön, falsch, oder? Okay, hier rüber. Bleiben wir hier. Und beim nächsten hier rüber. Und dann in der Mitte. Jetzt müsste es richtig sein. Mitte, ja. Aber es war gar nicht Mitte. Es war richtig, aber es war gar nicht die Mitte. Weil der andere, der da war... Ah, und hier gibt es gar keinen Wasserstrudel raus. Deswegen habe ich den Raum auch nicht so richtig gesehen. Okay, und jetzt ist der wieder gierig nach Masken. Aber erst wenn wir Mensch sind. Du hast mich gefunden. Hey, ich brauche mehr Masken. Okay. Können wir auch die Sora-Maske einfach so geben? Hätten wir das eben können? Sollen wir es probieren? Bisschen mit der Deko... Warte, ich probiere es mal mit der Deko-Maske. Nein, nicht doch. Bloß weg damit. Okay, der will die nicht. Ich dachte schon, kann man das kaputt machen? Aber es wäre ein bisschen dumm, wenn die Entwickler daran nicht gedacht hätten. Bremer Maske. Bleiben wir bei den Tieren. Mal wieder. Oder gehen wir zurück zu den Tieren? Mehr. Dann die Fuchs-Maske und die Hasen-Ohren eigentlich nicht, weil vielleicht, wer weiß. Die Fuchs-Maske und Karfeis-Maske sind die nächsten, weil die passen auch zusammen. Irgendwie. Passen die zusammen? Mehr. Drei brauchen wir wahrscheinlich, ne? Hey, hey, dankeschön. Du bist nett. Ähm, darf ich dir eine Frage stellen? Das einzig Wahre, was mag das wohl sein? Ich frage mich, wenn du das einzig Richtige machst, macht das wirklich alle zufrieden? Okay, wow. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, zu den Fragen. Vielleicht kommt am Ende noch so ein Secret oder so, wenn man alle Masken abgibt und dann mit allen Kindern spricht maximal, also am Ende da, nach den Masken. Das kannst du ja nicht, wenn du halt, jetzt brauchen wir wahrscheinlich vier Masken pro Kind. Passt das? Kommt das hin? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ja. Da brauchen wir vier beim letzten Kind und wir können mit dem ja am Ende nicht sprechen, wenn wir dem nicht acht Masken geben insgesamt. Die coole Schlange, die ich auch nochmal besiegen wollte eigentlich. Mit dieser Maske der Giganten, weil ich das ja letztes Mal falsch gemacht habe. Ich glaube, ich habe was richtig Cooles verpasst in dem Spiel. Ich glaube, ich mache das gleich, nachdem ich das Finale gemacht habe und schneide das vorher rein in dem Part. Okay. Ach, schönes Wetter. Findest du nicht auch? Ich brauche Masken. Ganz ruhig. Du bekommst deine Masken. Wir geben dem jetzt heute, äh, heute, hier. Gibt es Maske? Die Maske der Liebenden. Die Maske der Nacht. Okay, was haben die für einen Zusammenhang? Kann man jetzt raten in den Kommentaren. Mit der vierten Maske. Mehr. Mehr. Noch mehr. Gebt mir Masken. Okay. Und die vierte im Bunde ist die hier. Und jetzt die Frage, was haben die vier für einen Zusammenhang? Kann man raten in den Kommentaren? Gibt keinen Preis. Nur vielleicht ein Herz auf den Kommentar. Wer weiß? Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Äh, okay. Und ich mache jetzt die Pause. Okay, machen wir weiter. Kurze Pause für mich. Aber es kann direkt weitergehen. Hier gibt es wieder Energie, falls wir nicht genug haben. Ich glaube, man könnte auch ein Chateau Romani trinken vorher. Ah, ein Bossfight. Natürlich. Das, was wir eigentlich die ganze Zeit bei Ikana machen, sind Bossfights. Oh, komm, Bossrush. Mehrere Boss hintereinander. Das wäre nice. Das würde ich feiern. Okay, aber ich brauche mein großes Schwert. Nur damit bin ich besser. Äh, äh, äh. Stärker meine ich. Dann nehme ich hier normale Pfeile und Bomben. Ja, passt schon. Oh, hä? Warum? Egal. Weiß nicht. Oh, okay. Ich muss zur Seite ausweichen, wenn er es macht. Aber der ist schwach. Okay, warte mal. Also, er greift an. Zur Seite ausweichen und drauf. Okay, wie mache ich das? Oh, Mann. Okay. Irgendwie bin ich nicht so drin gerade. Was sagt Taya denn dazu? Pass auf, das sind Dinofolz. Schalte den Zielmodus und setze dein Schild ein. Ach. Hä? Jetzt hat es geklappt. Aber es klappt nicht. Hallo. Hä? Okay, irgendwie bin ich schlecht. Komisch. Egal. Und ich dachte gerade, die Tür wäre an der Decke. So, nach dem Motto, wir müssen den Dungeon drehen oder so. Ein einzelner Mythenstein. Okay. Eben habe ich gesagt, das macht keinen Sinn, die zu lesen. Also, zu fragen. Aber jetzt mache ich es doch nochmal. Ein von den seltsam funkelnden Goldspinnen verfluchter war im Besitz der Maske der Wahrheit. Ach, was? Wie kann ich denn mit dir reden, wenn du mir das sagst? Das ist ja total bescheuert. Danke für den Tipp. Das war ja echt useless. Und der schon wieder. Okay. Da weiß ich noch, wie es geht. Hoffe ich. Wo ist es? Nice. Okay, aber hier haben wir... Aber hier haben wir kaum Platz in der Arena hier. Das Ausweichen ist nicht so einfach. Wir müssen auf jeden Fall darauf achten, dass er nicht das Schild trifft von uns. Und dann einfach Sprungattacke drauf. Zwei Hits und down. Okay, wir können es da hochziehen, glaube ich. Ich röste mal den Enterhaken aus. Ah ja, eine Truhe zum Hochziehen. Aber ich schätze, dass es nur Rubine drin ist, weil das ist auch keine goldene Truhe. Wir werden noch ein Herzteil bekommen auf jeden Fall. Aber ich schätze, es ist nur eine Rubin-Truhe. Ah, nee. Wow, ich bekomme Pfeile. Immerhin haben wir Full Heal wieder an Pfeilen. Soll ich noch mal mit dir sprechen? Komm, er kriegt eine zweite Chance. Der Stein. Vielleicht hat er jetzt was Sinnvolles zu sagen. Wie es scheint, war Karfeis Maske im Besitz seiner Mutter. Ach was. Okay. Kein Bock mehr, mit dem zu reden. Dritter Boss. Wahrscheinlich noch ein Vierter, Dritter, Drei, Vier. Okay, ja, der. Oh Mist, okay. Ich wollte eigentlich ohne getroffen werden den besiegen. Aber jetzt schon in dem Modus. Okay. Ich wollte ihn anvisieren, deswegen habe ich nicht gut ausgewichen. Okay, er ist down. Man kann einfach die ganze Zeit drauf gehen, weil irgendwann hebt er auch seine Verteidigung wieder auf irgendwie, komischerweise. Ja, egal. Was erscheint? Eine weitere Truhe. Ah, wie sollen wir da hochkommen? Okay. Müssen wir gleich schauen. Wir bekommen Krabbelminen. Oh, nice. Wie kommen wir da hoch? Enterhaken? Das ist ein bisschen Rätsel, das ist auch noch mit Vogelscheuche. Ah, warte, warte, warte. Wir haben Krabbelminen bekommen. Vielleicht muss ich ja den Stein sprengen, also abheben lassen. Vielleicht passiert dann was. Wobei, das ist ja an der Seite. Wäre auch ziemlich neu, wenn da was passieren würde. An der Seite ist eine Stelle, die man zerbomben kann. Okay, wait. Auf der anderen Seite nicht. Okay. Wait, wait, wait. Wir haben hier die kaputte Stelle. Dann drehen wir uns um. Gehen nah an die Wand hier ran. Machen so. Und dann müsste der an der Decke einmal rum und das ziemlich genau erreichen. Nice. Richtig gut getimt. Pfeile haben wir auch schon direkt ausgerüstet. Noch einmal aktivieren. Ja, der hat sich mehr getroffen als der andere. Und damit erscheint eine Leiter. Okay. Ich fand auch, die Wände sahen so ein bisschen aus, als ob man da klettern könnte. Also, ja. Aber ranziehen kann man sich an solche Wände eh nicht. Zum Beispiel geht es bei den Gronen, diese Wand. Im Schneegebiet. Hinter der Schneeschicht. Und damit sammeln wir unser letztes Herzteil vom Spiel ein. Und damit haben wir ein Full Heal. Zum ersten Mal in diesem Spiel. Sehr, sehr, sehr nice. Und zur Vervollständigung von diesem coolen Moment fragen wir noch einmal, was der Mythenstein dazu sagt. Der Besitzer des Kuriositätenladens scheint die Fuchsmaske besessen zu haben. Okay. Oh, wait. Aha. Ja, probieren wir es mal so. Ja, hat geklappt. Und da oben ist ein Auge, was eingefroren ist. Okay, Feuerpfeiler. Ich denke, das ist klar. Und damit geht die Tür auf. Können wir weitergehen. Irgendwie sagen die Mythensteine hier nur so, der und der hat die Maske besessen, der hat die Maske besessen und so weiter. Das ist gefühlt das Einzige. Okay. Hallo. Komisches Kind mit drei Augen, das süchtig nach Masken ist. Wir geben dir unsere letzten Masken. Das wären einmal, das sind die besten Masken im Spiel, würde ich behaupten. Wobei die nicht unbedingt. Kamaros Maske ist eher so nützlich. Für das. Die ist auch ein bisschen useless, wie wir gerade eben gemerkt haben. Die Kabumm Maske ist ziemlich cool. Und die Hasenohren sind natürlich beste. Die haben halt einfach super Nutzen. Du bist einfach überall schneller unterwegs. Und wir hatten eben zum ersten Mal, glaube ich, alle C-Buttons nicht belegt. Nach dem Anfang vom Spiel. Dankeschön. Du bist nett. Ähm. Darf ich dich was fragen? Dein wahres Antlitz. Welch ein Gesicht trägst du? Oha, jetzt geht es auf die Masken-Thematik ein. Ich frage mich. Das Gesicht unter der Maske. Ist das dein wahres Gesicht? Oha. Naja, es ist halt auch so, Thematik, dass quasi jeder irgendwie in irgendeiner Art und Weise eine Maske trägt. nur man hat die Maske halt, man, keine Ahnung, weiß nicht unbedingt, dass man eine Maske trägt, weil man halt, man verstellt sich zum Beispiel einfach irgendwo. Bei der Arbeit ist man ein anderer Mensch wie bei, wie zu Hause oder wie unter Freunden. Und man trägt immer eine andere Maske, so ein bisschen. Was passiert eigentlich, wenn wir irgendwo ganz weit weg laufen? Ich glaube, ich probiere es mal. Einfach so, für wissenschaftliche Zwecke. Ah, hier ist eine unsichtbare Wand. Alles klar. Boah, dauert das lange. Einfach mal bis zum Ende der Welt zu laufen. So, Horror-Kit. Nein, ich sage immer Horror-Kit. Das stimmt eigentlich gar nicht, weil es ist ja nicht das Horror-Kit. Aber komisches Kind, was einsam ist mit einer Horror-Maske, die Majora's Maske heißt. Alle sind jetzt fort. Oder? Möchtest du mit mir spielen? Okay. Möchtest du mit mir spielen? Aber das ist eine schwache Maske. Also, spielst du mit mir? Gut. Brechen wir auf. Hä? Okay. Und wir bekommen wir die coole Musik Last End. Was passiert denn hier? Wir bekommen wir Okay, die vier Masken von den vier Giganten verstreuen sich hier und werden auf alle vier Seiten eingeloggt. Und in der Mitte ist Majora's Maske, die wieder erwacht zum Leben und wegfliegt und irgendwie Haare bekommt. Was ist das denn? Majora's Maske. Endboss-Fight oder was? Okay, let's go. Okay, also bisher Pfeile sind nicht die Lösung. Das können wir auch denken, aber wir bekommen Pfeile tatsächlich. Komm her. Okay, wir nehmen keinen Schaden. Ich weiß nicht warum, aber wir nehmen keinen Schaden. Okay, das geht nicht. Ich probiere mal was anderes. Vielleicht können wir auch einen Greifhaken benutzen. Okay, jetzt haben wir zum ersten Mal Schaden genommen. Okay, ich probiere mal was anderes. Und das sind Lichtpfeile. Scheinen auch nicht wirklich die Lösung zu sein. Oh, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt, als er noch nicht aktiv da war. Ah Mann, ich habe ihn nicht getroffen. Nervig. Okay, ich probiere weiter Lichtpfeile zu benutzen. Aber ich weiß nicht, inwiefern das die Lösung ist. So ganz klappt das alles noch nicht. Wirklich. Muss ich ihn jetzt treffen, oder was? Aber es klappt nicht. Und ich habe gleich auch keine Energie mehr. Ich stelle mal wieder zurück auf normale Pfeile. Ich habe es geschafft. Komm. Beilung, Beilung. Und damit ist er down, oder was? Ja, ich habe es geschafft. Yes. Wenn er einmal getroffen wird, dann kann man auch direkt noch zweimal treffen. Und dann ist er schnell down. Und die vier Masken lösen sich wieder. Und jetzt müssen wir gegen die Masken kämpfen und gegen ihn. Oder was? Sind die böse? Ich glaube, die sind böse. Oha. Alter. Die Effekte sind krass. Aber, hallo. Oh, okay. Ich sehe schon, was gemacht werden muss. Ah. Die typische Runde Volleyball am Ende von einem Spiel. Komm. Oh, Mann. Okay. Aber wir kriegen das hin. Kein Problem. Okay. Aber die können wir nicht zurückschleudern. Sehr gut. Okay. Wir wissen, was gemacht werden muss. Okay. Gut. Wir haben es überlebt. Oh, das Brennen ist noch so voll lang hinterher. Der Effekt, dass wir brennen. Okay. Wir haben den ersten getroffen. Ah, okay. Wir müssen jetzt jeden so nacheinander treffen. Alles klar. Kriegen wir hin. Der erste Boss ist down. fehlen noch die anderen. Jetzt kommt der wieder mit seiner Todesrolle. Wie so ein Kreisel irgendwie. Okay. Let's go. Hier hinten den. Hallo. Ich treffe ihn nicht. Ach, Mann. Okay, kann ich die an... Na, ich weiß nicht, ob ich die anvisieren kann. Weil ich glaube, sobald ich anvisieren drücke irgendwie und gerade angeschossen werde mit irgendwas, geht das nicht mehr. Oh, Mann. Okay, komm. Let's go. Zählt das als Treffer oder ist das... Muss ich den länger am Stück treffen? Ich weiß nicht, ob das jetzt Treffer zählt. Er blinkt zumindest rot, aber irgendwie ist es nicht so eindeutig, was da passiert. Hallo, hier ist keiner. Kommt her. Ja. Oh, es ist schwierig. Ach, man kann die auch so treffen. Ja, sagt das doch. Ja, dann. Ja, okay. Der nächste ist down. Der dritte Boss ist auch down, glaube ich. Der war das. Jetzt kommt der... Ah, nee, das ist der erste. Hab ich vorhin falsch gesagt. Der wehrt sich noch mal ein bisschen. Der gibt nicht so leicht auf. Aber jetzt ist er auch down. Und was ist das? Ah, der Stier von den Gronen. Ist jetzt auch down. Nice. Und jetzt müssen wir auch auf Majora's Mask gehen. Mit dem Feuer. Das Zurückschleudern. Okay. Das haben wir geschafft. Direkt noch mal drauf gehen. Okay, alles gut. Aber wir haben ehrlich gesagt nicht mehr viele Pfeile. Okay, aber das könnte der Todesstoß sein. Yes. Es ist der Todesstoß. Und er... Also, die Maske geht in Flammen auf. Und bekommt Beine? Alter, wie seltsam ist das denn? Und Arme. Und Augen. Noch ein Auge. Zwei sind ja noch nicht genug, oder was? What the... What the... Majora's Inkarnation. Wir bekommen so ein hässlicher... Alter, was ist das? Schimmer. Ich hab's getroffen. Ja, machen wir einfach so weiter. Erstmal angreifen lassen. Wenn das dann so komisch hässlich klein wird. Dann mal drauf ballern. So geht's auch. Okay, wir haben's getroffen. Wieder. Nochmal. Und nochmal. Es liegt wie am Boden. Ich versuch's mit dem Schwert. Ich hab's getroffen. Wieder. Und nochmal. Und damit ist es down. Komisches Viech. Echt. Hässliches und auch ein bisschen schwaches Viech. Und die Muskeln drohen zu explodieren, oder was? Ja, was ist das? Das wird ja immer schlimmer. Echt. Aber immerhin sieht so langsam aus wie so ein Mensch. Bisschen. Majora's Magier. Ich hab's direkt getroffen, das Viech. Okay, aber es ist schlauer als die anderen. Das haut schneller ab. Aber ich hab's wieder getroffen. Und nochmal, damit's nicht wieder zurück in die alte Phase geht, oder so. Aber man kann sich direkt treffen. Und es haut mich um. Ziemlich umwerfend, das Viech. Bisschen Magie. Auch sehr nett. Vielleicht soll ich mal wieder Lichtpfeile probieren. Ich hab mir eine Feen mitnehmen sollen und können. Was wollte ich? Lichtpfeile. Genau. Aber ich hab vier Pfeile nur noch. Okay. Ich hab ihn wieder getroffen. Schild. Sehr gut. Ah, schade. Zu früh aus dem Schild raus. Und er haut mich zweimal... ...auf den Boden. Und jetzt rastet er komplett aus. Ich bleib in meiner Verteidigungsposition. Ich frag mich zwar, wie gar nichts davon treffen kann. Oh, shit. Okay, das war mies. Immerhin gibt's keine Grenzen von der Arena hier. Doch, die gibt's schon, aber keine Abgründe. Oh, er trifft mich schon wieder. Was soll denn das? Okay. Vielleicht muss ich schneller... ...angreifen? Was war das denn? Lässt mich vielleicht vorher mal aufstehen. Danke. Danke. Okay, ich hab ihn getroffen. Und noch mal getroffen. Nice. Jetzt wieder aufs Schild gehen. Okay, jetzt kommt was ganz Wildes. Jetzt fängt er wirklich so an, mit so Kreiseln zu spielen. Die er irgendwie antreibt. Aber der eine fällt hin jetzt. Und er explodiert. Alter. Auch heftige, heftige Waffen. Die er da hat. Aber cool irgendwie auch. Irgendwie ganz kreativ. Okay, ich hab ihn wieder getroffen. Aber ich glaub, ich schaff's nicht in der Zeit dahin. Tatsächlich nicht. Okay, der Kreisel rastet auch ein bisschen aus. Ich hab noch vier Herzen. Das ist ein bisschen schlecht. Oha. Ich will eigentlich nicht Game Over gehen hier. Ich hab ihn wieder getroffen. Aber ich muss hin. Weil ich muss ihm Schaden machen. Und ich hab zweimal getroffen. Also einmal Sprungattacke, einmal normaler Hit. Und damit ist er auch down. Ich hoffe, das war's jetzt. Ich hoffe, das ist die letzte Phase. Weil noch größer geht's ja kaum. Und noch hässlicher. Tatsächlich. Dieses komische Viech. wird pulverisiert. Wird pulverisiert. Das Gesicht der grimmig. Das Gesicht der grimmigen Gottheit. den wir im letzten Part schon gemacht haben. Das ist die zweite Mal dieser Fight. Das ist die zweite Mal dieser Fight. Das ist die zweite Mal auf eine andere Art und Weise. Die anscheinend ziemlich einfach sein. Und zwar lächerlich einfach. Zitat von meinem Bruder. Weiß ich nicht. Bin ich gespannt. Dann sollten wir schnell durchkommen wahrscheinlich. Oder nicht. Und Majora's Maske erwacht wieder. Und bewegt sich komisch. Und gewächst Haare. Und äh. Ganz komisch. Und wir probieren die Maske der grimmigen Gottheit aus. Und verwandeln uns. wieder einmal. Und zwar in so einem Mega-Link. Der diese Klinge hat. Die ich in BOTW auch hatte. Krass. Und was ist jetzt? Worneten wir den jetzt? Oder was? Wir haben kein Schild. Hä? Die erste Phase ist schon vorbei. Was? Weird. Okay, wir können Strahlen schießen. Nur wenn wir Full Heal sind. Oder immer. Ich hoffe immer. Wow. Okay, wir haben aber immer noch Full Heal. Aktuell. Das ist ja so lächerlich. Oha. Sie verbrennt die Maske. Obwohl er nie diesen Feuerangriff eingesetzt hat. Alter, das ist ja so lächerlich einfach. Okay. Ich weiß genau, was mit lächerlich einfach gemeint war. Lächerlich einfach meint lächerlich einfach. Jeder Hint ist einfach Treffer. Majora's Inkarnation ist der nächste Fight. Aber ich kann es auch ohne machen. Also wenn ich es jetzt ohne machen wollen würde, wäre es ja... Okay, okay. Jetzt haben wir kein Full Heal mehr. Aber wir haben trotzdem noch Strahlen. Es ist ja echt lächerlich. Okay, aber das ist eine schöne Belohnung dafür, dass du das Spiel wirklich zu 100% gespielt hast. Ich glaube, es zählt nicht mehr die Herzteile. Es zählt nur, ob du alle Masken hast. Und jetzt kommt der hässliche Typ mit seiner Feitsche. Und ich habe ihn schon einmal getroffen. Dann wird er auch gleich down sein. Und damit haben wir das Spiel durchgespielt. Ich glaube, dazu braucht man noch nichts mehr sagen. Ich habe auch gar nichts gesagt jetzt beim Fight. Weil es ist halt echt... Also, ich habe in 15 Minuten... Ah ne, stimmt. Ich habe ja Pause gemacht dazwischen. Ich habe in 3, 5 Minuten diesen Fight gemacht. Das ist echt lächerlich. Wow. Okay. Das ist ja eher... Also, okay. Ich bin ein bisschen überrascht davon. Und der Mond... haut direkt wieder ab. Oh Mist. Ciao. Bin wieder weg. Ne, irgendwas passiert. Der Mond löst sich. Ne, er haut tatsächlich wieder ab. Eben war er noch 2 Millimeter an der Erde dran. Und jetzt ist er jetzt wieder im Himmel. Auf seiner normalen Umlaufbahn. Die er normalerweise da sein sollte. Und da stehen die Zimmerleute und die Soldaten. Und freuen sich. Die, die den Streit gehabt haben. Ob sie fliehen wollen oder nicht. Ob sie in der Stadt bleiben. Ob es sicher ist in der Stadt. und bejubeln mehr oder weniger die Giganten, dass sie uns gerettet haben. Die Leute wissen ja wahrscheinlich nicht unbedingt, dass wir das waren. Wow. Dämmerung eines neuen Tages. Das ist sehr cool gemacht. Vor allem mit dem weißen Bildschirm. Nicht mehr so bedrohlich, sondern eher so... Yay. Du hast es geschafft. Ah, er ist wach. Ja, ich bin wach. Keine Ahnung, was passiert ist. Ich bin wahrscheinlich runtergefallen vom Mond. Dass ich das überlebt habe. Und da ist das Horror-Kit. Und hat mit seinem Entenschnabel oder so. Der Mond sieht so ein bisschen aus wie ein Entenschnabel. Und die Giganten sehen auch seltsam aus, oder? Die haben einen Körper. Die haben keinen Körper. Die haben ein Gesicht, Beine und Arme. Und die Beine sind einfach so zehnmal so lang wie das Gesicht. Gut. To be fair, in echt ist das ähnlich. Das sind die Beine auch deutlich länger als das Gesicht. Ihr... Ihr habt mich also nicht vergessen. Und wir haben die Legende gehört von der Großmutter. Aber es kann sein, dass wir die Legende umgeschrieben haben. Oder was? Ihr seht mich also immer noch als euren Freund Und in der Legende wurde das Horror-Kit nämlich verbannt. Oder weggeschickt. Und die Giganten stimmen wieder ihren Gesang an. Und treten davon, schreiten wieder zurück in ihre Gebiete. Die müssen aufpassen, dass sie uns nicht zertrampeln. Oha. Wenn jetzt sie so rumlaufen. Oha. Vor allem, wenn da alle alle Bewohner der Stadt außerhalb von der Stadt stehen. Nicht, dass sie die Leute noch zertrampeln. Aber ich glaube, da passiert wenig. Ich meine, sie haben auch die Welt gerettet. Da werden die jetzt nicht auszusehen fahrlässig irgendwelche Leute töten. Okay. Anderes Thema. Es wird doch jetzt wohl kaum der Abspann kommen direkt, oder? Hast du hast du mich gerettet? Ich dachte, sie wollten nicht mehr mit mir befreundet sein. Und darum hat hat es die Maske mit Jorahs Maske gestohlen und wurde böse. Was mich gerade ein bisschen wundert, wenn das jetzt das Ende vom Spiel ist, dann haben wir vier Herzteile vergessen. Und ich könnte mir vorstellen, wo die sind. Wahrscheinlich hätte ich mit den anderen Masken reden müssen, mit diesen komischen weißen Personen, mit den Boss-Masken, die da rumgelaufen sind. Aber ich habe direkt mit mit Jorahs Maske geredet und deswegen hat der Endboss-Fight gestartet, oder was? Und es will sich mit mir anfreunden, obwohl es mich als erstes ganz am Anfang vom Spiel beklaut hat. Natürlich unter dem Einfluss von der Maske. Ehehe. Du hast den gleichen Geruch an dir wie das Feenkind in den Wäldern, das mir damals dieses Lied beigebracht hat. Ja, Sadias Lied. Tatsächlich. Ich weiß, ich weiß. Lass uns etwas tun. Und der Masken-Geldler ist da und er hat seine Maske. Oh, das Böse hat also von der Maske abgelassen. Ah, das heißt, die Maske ist jetzt nicht mehr schlimm, weil wir die diesen Boss besiegt haben. Nun, zumindest habe ich sie wieder. Da ich mich nur auf der Durchreise befinde, muss ich euch lebewohl sagen. Aber das ist auch der Grund, warum in BOTW man die Maske mit Jonas Maske einfach tragen kann, ohne dass es irgendwelche negativen Effekte auf einen hat. Sollst du jetzt auch nicht nach Hause gehen? Wann immer sich Leute treffen, folgt dem auch irgendwann ein Abschied. Aber dieser Abschied muss nicht für immer sein. es liegt an dir, die Zeit eines Wiedersehens zu bestimmen. Nun denn, du erlaubst. Ja, das könnte man auch so voll auf das echte Leben beziehen so, ne? Du könntest auch sagen, Leute, die du lange nicht mehr gesehen hast, treff dich doch mal wieder mit denen. Mach mal wieder was mit denen. Schreib denen mal wieder. Sag einfach mal Hallo. auch egal, was die davon denken. Aber manchmal kommen dadurch einfach richtig gute Gelegenheiten nochmal. Oder richtig gute Gespräche oder richtig gute Aktionen, die man zusammen macht. Aber es ist dir gelungen, viele Leute glücklich zu machen. Der macht sich auf den Heimweg und bleibt alle zwei mit da stehen. Was ist denn los? Jede Masken, die du bei dir hast oder hattest, weil sie die Kinder gestohlen haben, sind von Freude erfüllt. Von ehrlicher, wahrer Freude. Ja, gestohlen haben sie nicht, sondern ich habe sie ja freiwillig denen gegeben, aber trotzdem, ne, vielleicht habe ich die jetzt auch wieder. Das stimmt, wir haben vielen Leuten geholfen und er verschwindet einfach. Alles klar, er verschwindet. Wir haben beide gefunden, wonach wir gesucht haben. Hier trennen sich wohl unsere Wege, nicht wahr? Weißt du, für mich war es eine sehr schöne Zeit. Bald wird der Karneval beginnen. Warum gehst du nicht einfach und kümmerst dich um deinen Kram? Wir haben auf jeden Fall den Karneval vor uns. Das klang, warum geh doch und kümmer dich um deinen eigenen Kram? So klang das, aber nein, es kommt immer darauf an, wie man es interpretiert, natürlich. Bekommen wir den mit? Ist das jetzt das Ende? Wirklich? Link? Was? Danke. Taya bedankt sich, ist hier vereint mit ihrem Bruder und der Karneval beginnt mit einem Feuerwerk, feiert die Stadt nicht den Weltuntergang, nein, feiert die Stadt, dass der Weltuntergang nicht eingetreten ist und das ist tatsächlich der Abspann. Das heißt, wir haben echt viel Herzzelle vergessen, das gibt's ja nicht. Aber die Abspannmusik ist cool, ich mag die, ich hab die schon mal gehört. Ui, dann kann ich meinen Controller endlich auch zur Seite legen. mit Jonas Mars ist vorbei. Das gibt's ja nicht. Und damit kommen wir in die Credits. Puh, mit Jonas Mars. Was kann ich dazu sagen? Das Finale hat mich nochmal gut positiv gestimmt. Ich fand das ziemlich würdiges Finale. Diese bedrohliche Stimmung dann mit dem Mond, dass man auf den Mond kommt, oha, viel krass. Jetzt spielt nochmal die Sura Band sogar in der Milchbar. Und, ähm, ja, als Finale mit den verschiedenen Bereichen, diese kleinen Dungeons, Aufgaben, war es mich cool, das mit den Kindern. Das war irgendwie, hatte gepasst zu, zu dem Spiel, zu dieser düsteren Atmosphäre. Und dann so ein bisschen was Bedrohliches, man weiß gar nicht, was ist das jetzt, was wollen die von einem? Und dann kommen die so, gib mir deine Masken. Und dann mit so ganz seltsamen Fragen, so, bist du wirklich glücklich? Das, was dich glücklich macht, macht das auch andere glücklich? Oder, hast du echte Freunde? Und sowas ist heftig. Fragen, die man sich, äh, vielleicht in echt mal stellen sollte? Nee, weiß ich nicht. Okay, genug davon. Das Finale war ziemlich cool. Der Endboss war ein bisschen seltsam, aber die Bosse in dem Spiel waren sowieso ein bisschen seltsam. Ähm, aber ich fand den Endboss nicht schlecht. Der hatte vier, fünf Phasen, die waren alle ziemlich gut, auch relativ schwer, wie wir jetzt im letzten, äh, mal, wo ich das ohne die Maske gemacht hab, rausgefunden haben. Äh, dass man durch diese 23 Masken, die man hat, diese overpowered Maske bekommt, ist halt auch krass. ist eine gute Belohnung, irgendwie, ganz lustig. Aber man sollte es auf jeden Fall mal ohne machen, würde ich behaupten, wenn man das Spiel durchspielt. Aber man kann natürlich machen, was man will, ist ja egal. Ähm, die Masken sind cool, dass es so viele gibt, dass auch so viele verschiedene Effekte haben, dass die Charaktere so viele verschiedene Reaktionen auf die Masken haben. Wenn ich die Hasenohren auf hab, dann sagt einer, oh, die Maske will ich auch, oder so, die kleinen Kinder da in der Stadt zum Beispiel. Ja, und das ist cool, die Masken Sora und Korone und Deku sind natürlich auch cool. Also, du hast einfach vier verschiedene Charaktere, die du spielst. Das ist halt krass. Und so viele verschiedene Sachen, der Korone kann so rollen, das ist halt manchmal ein bisschen ungenau in der Luft oder so, aber das ist toll trotzdem. Der Sora steuert sich hervorragend unter Wasser. Äh, der Deku ist auch toll. Also, mit dem Bloom ist manchmal ein bisschen schwierig, aber ich finde den super. Auch, aber wahrscheinlich die schlechteste Maske. Sora ist wahrscheinlich der Beste, würde ich behaupten, oder Korone. Ich würde sagen, eher der Sora als der Korone, weil der sich so super steuert unter Wasser. Ähm, ja, Charaktere in dem Spiel meistens die gleichen wie in, äh, Ocarina of Time, wobei die beiden kommen nicht hervor, in Ocarina of Time zum Beispiel. Deswegen nicht alle. aber deswegen gibt's auch Theorien, ob Link tot ist oder ob Link, äh, was weiß ich, ob der seinen Tod verarbeitet oder ob der irgendwie träumt oder ich weiß es nicht. Ich kenn die ganzen Theorien nicht so auswendig. Und, ja, auf jeden Fall gibt's noch was zu sagen. Die Musik, die Musik ist cool, die, die Absprannmusik ist auch cool. Ich mag die auch. aber auch die Musik in den verschiedenen Bereichen. Äh, ja, die, ein paar Themes nerven mich auch so ein bisschen. Zum Beispiel das Dungeon-Theme im ersten Dungeon. Aber ich find die Musik, ich mein, das ist oft auch die ähnliche wie in, ähm, in der ganzen Reihe vorher. Feenbrunnen zum Beispiel oder verschiedene Sachen. Oh, hier, der Typ aus dem, aus der Schmiede. Ne, und, äh, Musik kann man nichts aussetzen. Milchbar zum Beispiel, wo wir gerade sind, thematisch, vom Bild her. Auch super Musik. Äh, dann gibt's zum Beispiel, äh, Felsenturm, was wir auch gerade sehen. Auch eine echt tolle Musik. Unruhstaat ist eine super Musik. Das Observatorium hat eine super Musik. Um, um nur mal ein paar zu nennen. Äh, Termina 4 ist natürlich auch toll. Und das war's jetzt, oder was? Ah, nee, die heiraten noch. Oha. Und, äh, alle sind da, alle Verwandten. Und Anju und Kaffei können am letzten Tag heiraten. Und wir sehen das aus Perspektive von Kaffei, oder was? Wo ist der? Ist der auch da? Sie macht das alleine heute mal. Ähm. Ja, man sieht ihn gar nicht, oah. Ist das extra so gemacht? Weil der nicht existiert im Spiel? Oh ja, hier und traurig auch eigentlich. Weil das ist der Sohn von dem Butler. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gesagt habe, aber der Sohn von dem Butler steht hier und ist halt irgendwie tot und verdorrt. Echt ein bisschen traurig. Und damit neigt sich diese Geschichte dem Ende zu. Wir reiten zurück nach Hause. Wohin auch immer, nach welcher Theorie wir auch gehen, wo wir dann ankommen. Und ich kann mich zum Abschluss bedanken. Danke fürs Anschauen von diesem Projekt. Es haben nicht viele angeschaut, aber es hat mir Spaß gemacht. Und das ist das Einzige, was zählt. Ähm. Danke an die, die es angeschaut haben, die es bewertet haben, kommentiert haben oder was auch immer. Und ja, wenn ihr Zelda mögt zum Beispiel, könnt ihr euch Tears of the Kingdom anschauen. Oder Ocarina of Time, mein ganz erstes Projekt. Wird ein bisschen komisch sein manchmal, aber ich habe mir sehr viel Mühe gegeben da auch. Ähm. Aber. Genau, das lohnt sich auf jeden Fall auch. Zum Beispiel Tears of the Kingdom kann man sich anschauen. Äh, was habe ich noch? Ich habe doch irgendein Spiel noch. Ne, so was. Okay, egal. Aber es kommen noch mehr, also ist da längst nicht Schluss, so wie jetzt Schluss ist in diesem Spiel. Und, ja, vielleicht noch eine Wertung, die ich dem Spiel geben würde. Ich würde sagen 93%. Ich bin auf eine negative Sache nicht so eingegangen, gerade im Fazit. Das ist die 100%. Da macht der 3DS-Teil auch einiges besser, dass man besser sieht, welche Herzteile man hat, welche Herzteile man nicht hat. Oder so was. Äh, dass es halt besser oder besser die Zeit vorspulen kann. Das macht der 3DS-Teil deutlich besser. Ja, wie dem auch sei, danke fürs Ansehen. Wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dahin. Macht's gut und ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.